Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 mit dem FC Bayern München. Ja, im letzten Part haben wir im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Sind somit ins Halbfinale einzogen und ich zeige euch mal kurz die Auslosung. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt im letzten Part noch gemacht habe, und zwar Deutscher Pokal. Im Halbfinale sind folgende Partien. Wir müssen zu Hause gegen Hannover 96 und der FC Augsburg fängt Schalke 04. Also interessante Begegnungen. Es ist auf jeden Fall machbar, dass wir ins Finale kommen. Außerdem haben wir im letzten Part nur dann die Transferzeit abgeschlossen. Wir haben jetzt viele neue Spieler geholt. Dann schauen wir mal das Team an, mit dem wir was jetzt in der Rückrunde hoffentlich Meister werden wollen. Manuel Neuer, momentan ein gutes Form hoch. Badstuber und Boateng auch gut drauf, genauso wie Alaba. Schweinsteiger auch sehr gut drauf. Neben Sheran Chakey auch ein junges Talent. Dann hier die erste Neuverpflichtung. Mario Balutelli kam ja für 4,30,5 Millionen. Einmal Mario Gomez-Ersatz. Dann, wir kommen nur als Neymar. Dann Reus von Dortmund für 28 Millionen. Und Björn Tölke von Dresden. Und der letzte war Maikon Leyte von Palma Reyes für eineinhalb Millionen. Gut, das war's dann. Aber dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel. Der 21. Spieltag steht an. Zu Gast in Mainz. Ich würde sagen, wir spielen mal in schwarz. Wir schauen die Justiore alle an. Und wir sehen in der Startaufstellung. Ja, Mario Balutelli kriegt seinen ersten Einsatz. Gleich von Beginn an. Aus dem Ribéry und Shakiri dabei. Robben ist ja leider verletzt. Sechs Wochen fällt er uns aus. Aber ich würde sagen, genug gelabert. Schicken wir die Teams zum Aufbauen und los geht's. Und damit geht es los. Der erste FSV Mainz 05 empfängt den FC Bayern München. Ja, hier im Blickpunkt Mario Balutelli. Natürlich der neue Mann. Er soll es richten. Er soll die Bayern eben zum Trippel führen. Also mit dem aktuellen Kader können wir jetzt absolut vom Trippel-Gewinn sprechen. Weil DFB-Pokal, Champions League und Meisterschaft sollten möglich sein. Diesen Hochkaräter, was wir jetzt in der Winterpause geholt haben. Hier das Stadion in Mainz. Ja, gut. Es ist eine Pflichtaufgabe für die Münchner. Hier auf unbedingt drei Punkte zu holen. Jetzt die Platzwahl. Wir sehen jetzt kurz die Tabelle. Die wird ja jeden fünften Spieltag einblenden. Und zwar Dortmund ist mal unter dem Punkt gleich. Hat allerdings Scheißspiel mehr. Also sollten wir hier gewinnen, dann sind wir wieder drei Punkte vor Dortmund. Ja gut. Ich würde sagen, genug gelabert. Los geht's. Und da will ich auch gleich was anmakelen natürlich. Und zwar in manchen Stadien ist es ja so, dass es so eine komische Sicht dann gibt. Also wenn man jetzt die letzten Spiele anschaut, da war ja die Sicht meistens so eine Draufsicht. Also meistens, da war die Kamera halt weiter oben. Und da, da ist sie jetzt fast auf Höhe von den Spielen. Also viel zu weit unten. Und ich weiß nicht. Ich würde so jetzt denken, ja okay, ist halt so. Aber das wirkt sich übelst auf die Spielweise aus. Und jetzt Paloté hier gleich zum Beispiel in Einsatz. Verletien haben wir noch gefault. Zumindest Freistoß für die Münchner. Schweinsteiger zu Ribéry. Franck Ribéry sieht in der Mitte mal Alaba. Alaba zu Shaqiri. Shaqiri könnte abziehen. Zieht ab. Der kommt gut, aber geht weit vorbei. Alaba wollte da mit dem Flugkopfball noch hin, aber ist nicht mehr hingekommen. Ja natürlich, mit dem Kader, dem was wir jetzt als Zahn gekauft haben, da müssen wir auf jeden Fall Meister werden. Weil die Stürmer, was wir jetzt haben mit Neymar, mit Reus, mit Balotelli, Mandzukic. Und ich habe eh die Hälfte vergessen, also da müssen wir auf jeden Fall einiges reißen, jetzt nur in der Rückrunde. Aber gegen Mainz wird es auf jeden Fall schwer. Da haben wir in der Vergangenheit öfters Probleme gehabt. Aber schauen wir mal, wie es heute wird, wenn Mainz kommt. Aber Ribéry kämpft sich gegen Postbay und kriegt den Einwurf. Wer den schnell ausführt, dann haben wir eine Kontochance. Der hinten ist groß. Kriegt er den? Jawohl, den kriegt er. Und jetzt in der Mitte läuft Balotelli mit. Balotelli läuft in der Mitte mit. Jetzt vielleicht die Chance für die Münchner, aber da muss groß warten. Jetzt kommt die Flanke, da ist Balotelli. Er kommt zwar hin, aber wird gef... Ne, er foult. Er hat selber gefoult und somit gibt es Freistoß für Mainz. Aber die Mainzer kommen hier nichts raus aus dem eigenen Strafen. Also die Münchner, die drücken hier doch richtig auf die Tube. Die wollen hier schnell die Führung erzielen, aber momentan stehen die Mainzer hin noch sehr gut. Hoher Ball, aber Luis Gustavo passt gut auf zu Alaba. Alaba unten ist Ribéry und jetzt ziehen wir ihn wieder über die linke Seite. Also momentan geht viel über die linke Seite in der ersten Viertelstunde. Jetzt in der Mitte ist Balotelli. Alaba setzt sich Klasse durch. Alaba, immer noch Alaba. Jetzt verliert er ihn. Berlus kommt hier zu spät und jetzt kann Mainz mal das Spiel aufbauen. Über Baumgartlinger zu Shubo Muting. Aborteng ist da. Also momentan offensivmäßig geht bei Mainz gar nichts. Die Bayern sind wieder am Drücker über Shakiri. Schärtan Shakiri. Aber sofort gedoppelt. Jetzt zu Balotelli. Balotelli verspringt hier dabei. Ja, es ist heute noch nicht sein Spiel. Also er muss erst mal einleben in München. Ist ja ein junges Talent mit... Wie alt ist denn der? Ich glaube, 21 Jahre hat er die Deutschen aus der... Also die deutsche Nationalmannschaft aus der... Was war denn das? Europameisterschaft 2012 rausgeschmissen. Jetzt sind beide Toren im Halbfinale. So, und jetzt Alaba. Alaba in der Mitte ist Balotelli wieder. Balotelli... Ja, viel zu weit die Flanke von Alaba. Jetzt vielleicht Mainz jetzt mal mit... Nee, keine Chance. Die Mainz, die kommen hier gar nicht voran. Die sind noch nicht einmal im Bayern-Strafraum gewesen. Aber die Bayern, die tun sich auch schwer. So richtig gefährlichen Torschuss haben sie auch nicht abgegeben. Jetzt Balotelli. Balotelli vielleicht mal ein Schusspolis und zieht ab. Habe wieder einen Verteidiger zwischen. Jetzt Schweinsteiger. Da kommt Balotelli komplett frei. Und er vergibt. Toni Kroos kommt nicht durch. Und er kann Mainz ja schon wieder freien. Das war die erste Chance für die Bayern. Jetzt Schweinsteiger bleibt am Schießrichter hängen. Kann ich nicht behaupten. Zu Ribéry. Frank Ribéry. Ribéry. Verliert ihn. Ja, die Mainzer Abwehr passt sehr gut auf. Also wenn sie dann mal patzen, dann ist ihr Torwart da. Aber so, die Abwehr steht gut. Und was war das? Manuel Neuer im Blick. So, Ribéry gegen Soto. Natürlich, die Bayern, die versuchen hier so schnell wie möglich, irgendwie jetzt die Führung zu ziehen. Jetzt Balotelli. Gegen Nerveski geht ins Laufdor. Aber Nerveski ist auch nicht langsam. Aber Balotelli überrennt ihn. Balotelli in der Mitte. Da ist Shaqiri. Der geht nicht durch. Im letzten Moment ist der Bunger dazwischen und kann ihn abfangen. Glück für Mainz in dieser Situation. Jetzt kommt es über Chubo Moutin. Aber da geht Gustavo drauf. Und Gretzin. Super ab. Klasse. Die Bayern-Verteidigung heute in Höchstform. Jetzt Ribéry. Ribéry gegen Nerveski. Setzt sich durch. Aber da kommt ein zweiter zu Hilfe und sie verlieren. Aber wieder Alaba. Also die Bayern, die sind hier offensiv dran. Hochzehn. Jetzt. Ach, Balotelli kann ich nicht weiterlegen. Und Mainz kommt über Parker. Jetzt haben sie vielleicht mal ein bisschen Platz. Außen ist die Wandschütze. Sie bringt die Flanke rein. Aber geklärt. Das war zum ersten Mal der Ball im Bayern-Strauffraum, oder? Auch 35 Minuten gespielt. Jetzt Ribéry. Franck Ribéry muss jetzt ein bisschen warten. Da kommt Alaba zur Hilfe. Der zu Toni Kroos. Der zu Balotelli. Aber wieder abgelaufen. Jetzt zurück zu Toni Kroos. Toni Kroos. Könnte jetzt abziehen. Zieht ab. Aber wieder einer im Weg. Aber die Mainzer, die schmeißen sich in jeden Ball rein. Die kämpfen hier richtig wie die Wilden. Da kommt Baumglattlinger. Verfolgt von Boateng. Gretzschi kommt. Baumglattlinger bleibt im Ballbesitz. Das macht er jetzt. Passt nicht drauf vom Rhein, aber da sind sie schon wieder draußen. Jetzt Balotelli alleine vorne. Versucht er es gegen Bungert. Aber da muss er zurückziehen. Unten jetzt Franck Ribéry. Den kriegt ihn. Jetzt fällt die Chance. Ribéry gegen Postbech. Kann er den stehen lassen. Zurück zu Balotelli. Jetzt müsste er mir irgendeinen abziehen. Aber wieder nichts. Momentan hackt es vorne mit dem Bayernsturm noch ein bisschen. Die Chancen wären da, aber sie machen das Tor nicht. Jetzt Schweinsteiger zu Ribéry. Ein Offensivspektakel heute von den Bayern. Das ist der Wahnsinn. Jetzt zu Toni Kroos. Kroos. Kommt wieder nicht zum Schuss. Aber da kommt Lahm. Philipp Lahm. Zu groß. Zu Alaba. Aber wohin? Wohin? Zieh halt mal ab. Und jetzt wird er gestört. Jetzt kann Mainz vielleicht endlich mal einen Angriff aufbauen. Ja, Badstuber sieht hier nicht gut aus. Jetzt kommen die Mainz natürlich. Das wäre jetzt heftig, wenn die Mainz jetzt ein Schuss, ein Tor. Und das, jetzt haben wir Nachspielzeit von der ersten Halbzeit läuft schon. Flanke kommt gut. Neuer kommt raus und fängt ihn sicher ab. Damit würde er jetzt dann abpfeifen, oder? Lässt er die Angriffe nicht laufen. Über Ribéry. Ne, er pfeift ab. Es ist Halbzeit in Mainz. Ein enttäuschendes 0 zu 0. Die Bayern haben gestürmt, gestürmt, aber haben das Tor nicht gemacht. Mainz hinten sehr gute Defensivarbeit. Aber so darf es nicht bleiben für die Bayern. Jetzt sehen wir nochmal die Riesenchance. Hier, Balotelli hat die Gerüche gehabt. Wow. Das waren die zwei Chancen von der Halbzeit. Ne, da kommt noch einer her. So, hier Schalke führt gegen Fürth. Ja, die haben es ein bisschen leichter. Ja, wir müssten jetzt auch in Führung gehen. Zweite Halbzeit läuft. Bayern hat Anstoß. Und die werden jetzt genauso weiter stimmen wie in der ersten Halbzeit. Jetzt Schalke. Von ihm in der ersten Halbzeit relativ wenig zu sehen. Gut, das meiste gegenüber links. Und Schalke ist jetzt nicht klasse. Er bringt die Flanke. Aber Balotelli ist schon zu weit gelaufen. Da kommt er nicht mehr hin. Jetzt kommen die Mainz. Über Baumgartlinger. Schweinstein mit der Gretsche. Kommt nicht hin. Kommt nicht hin. Jetzt müssen sie aufpassen hinteren. Kann er die Flanke reinbringen? Ne, er schafft es nicht. Wird da von zwei Bayern bedrängt. Aber jetzt bringt er sie doch. Aber Neuer fängt die ganz sicher ab. Und wieder ein weiter Abwurf. Also, die Bayern tun sich vorne richtig schwer gegen die Mainzer. Jetzt Balotelli. Balotelli. Wird hier abgedrängt. Muss wieder zurückziehen zu Toni Kroos. Toni Kroos. Und es ist Luis Gustavo. Zieht ab, aber harmlos. Harmloser Schuss hier von Gustavo. Mainz will wechseln. Mainz bringt Polanski von Baumgartlinger. Also, aus der Situation hätte etwas Besseres entstehen müssen. So langsam müssen die Bayern mal mit dem Tor durch diesen Anfang. 50 Minuten sind schon gespielt. Steht immer noch 0 zu 0. Und Mainz kann auch ruhig ein Tor schießen. Jetzt Ribery. Frank Ribery kriegt die wieder nicht vorbei am Gegner. Oh, schwach geklärt hier von Badstuber. Mainz kommt jetzt. Die haben jetzt ein bisschen mehr Platz. Der ist frei. Lass ihn. Aber Lahm kann klären. Zu Ribery. Und dann kommen die Bayern auch schon wieder. Über Shakiri. Und wieder geht es nach vorne. Wieder geht es aufs Tor. Der Mainzer. Shakiri. Da ist er komplett frei. Aber er kriegt die nicht. Das wäre die Chance gewesen. Jetzt Soto gegen Lahm. Gut durchgesetzt. Salai gegen Boateng. Feld. Und es gibt... Einwurf, oder? Jupp. Einwurf von Mainz. Schmeißt sich Lahm dazwischen. Kann den Ball ab und nicht holen. Gute Stunde ist gespielt. Also langsam müssten wir jetzt mal ein Tor schießen. Oh Gott. Jetzt wird es gefährlich. Aber Lahm ist da. Und so haben wir jetzt Eckball für Mainz. Die erste Ecke für die Mainzer. Aber Shakiri. Kann ich hier ganz locker abfangen? Jetzt vielleicht der Konter über Shakiri. Die Bayern stürmen. Großhef mit. Balotelli. Ribery ist in der Mitte. Da ist Gustavo. Kommt der da hin? Nein. Kommt nicht hin. Schwach gespielt. Da hätten sie mehr draus machen müssen. Aber die kommen schon wieder über Boateng zu Ribery. Der sieht aus aus. Balotelli. Balotelli gegen Noweski. Kommt wieder nicht durch. Wieder die Münchner. Über Ribery. Ribery. Hoher Ball auf Shakiri. Kommt der da hin? Kommt der da hin? Nein. Kommt nicht hin. Aber uns hier geklärt. Aber dann doch rausgeklärt. Ich würde sagen, jetzt müssen wir mal wechseln. Das müssen wir jetzt mal antreiben von hier drin. Schauen wir, wie können wir den raus tun. Toni Kroos. Vielleicht bringen wir da mal Reus. Und dann bringen wir mal Rafinha. Für Shakiri probieren wir es einfach mal. Weil Rafinha ist auch sehr schnell. Gut, nicht so schnell wie Shakiri. Aber schauen wir mal. Vielleicht bringt es ja was. Und meins kommt. Meins kommt. Gefährlich. Gefährlich. Da muss Badstuber aufpassen. Gut gemacht von Badstuber. Und jetzt Böserfeber ist hier von Alaba. Direkt in die Gefahrenzone rein. Aber spekulieren sie auf Abseits. Jetzt ist es frei. Aber dann können sie klären. Jetzt können sie klären. Da vorne ist Balotelli. Komplett alleine. Kann sie nicht behaupten. Wieder meins. So. Neuer kommt raus. Das pfeift jetzt. Abseits glaube ich. Da ist der Wechsel bei den Mündnern. Shakiri und Kroos gehen raus. Für ihn kommt Marco Reus. Marco Reus ist mit seinem ersten Einsatz im Bayern-Trikot. Hier ist Eman mit der Nummer 16. Okay, ungewohnte Nummer bei Reus mit der Nummer 16. Jetzt Luis Gustavo direkt zu Reus gleich. Aber der kriegt die nicht. Der kriegt die nicht. Also die meinten, die werden jetzt doch ein bisschen offensiver. Da ist Neuer und fängt die wieder sicher ab. Jetzt Lahm. Rafinha. Und da läuft Reus und den sieht er. Marco Reus, die erste Sanktion. Schauen wir mal. Ganz schwach gegen Baumgartinger. Aber kriegt die nochmal. Aber der Ball ist zu schwach gespielt. Ungewohnte, wo er den sich wieder jetzt. Viertelstunde ist noch Zeit für die Bayern hier, noch ein Tor zu machen. Reus, Ballotelli. Ballotelli. Da läuft Reus. Hoher Ball auf. Rafinha. Oh Gott. Rafinha mit der Riesenchance. Und vergibt sie kläglich. Den muss er machen. Den muss er machen. Schön gespielt von ihm. Und dann muss er den rein machen. Mein Gott. Die Riesenchance für Rafinha. In der 75. Schmütig für die Bayern. Und vergibt. Das wär's jetzt halt gewesen. Jetzt Ribery. Aber die Bayern, die kommen schon wieder. Ribery. Und schon wieder Rafinha. Rafinha. Unten ist Ballotelli. Was macht er jetzt? Jetzt verstolpert er. Mann, oh Mann, oh Mann. So, das wechseln wir nochmal aus kurz. Wen haben wir noch? Das Müllermann-Zuckisch. Neymar. Bringen wir mal Neymar für Ballotelli. So, jetzt sind wir wieder zurück. Ja, mein Computer hat irgendwie gerade voll abkackt. Keine Ahnung, was da los war. So, jetzt der Wechsel. Ballotelli geht raus. Neymar kommt. Neymar soll es jetzt richten. Ballotelli hat es halt nicht. Na gut, er braucht seine Einlebungszeit. Gut, Neymar ist auch noch nicht so lang da. Ja, jetzt müssen wir so irgendwie schauen, dass wir das noch schaffen. Das eine Tor. Irgendwie muss es reingehen. Die drei Punkte werden schon wichtig. Ein Punkt. Das sind zwei zu wenig. Liebe Bayern, komm. Hier haben wir schon. Neymar, Neymar. Es ist die Freie. Wohin? Oh, da läuft Reus. Marco Reus. Reus mit der Chance. Marco Reus. Oh, macht das Tor. Marco Reus. Sein erstes Tor in seinem ersten Spiel für die München. Und 79. Die Bayern gehen in Führung in Mainz. Schön gespielt von Neymar. Und Marco Reus gegen Müller. Eiskalt. Da macht er das Ding rein. Und jetzt feiern die Bayern. Ausgerechnet ein Dortmunder macht hier das Tor. Ein Ex-Dortmunder, muss man ja sagen. Für 28 Millionen Euro gekommen von Dortmund erst vor ein paar Tagen. Und heute schon mit seinem ersten Einsatz. Nach, ja, wie lange hat der jetzt gespielt? Der hat jetzt, 20 Minuten hat er jetzt gespielt. Wenn überhaupt, schon nicht mal. Jetzt die Chance für Mainz aber vergeben. Also nicht mal eine Viertelstunde auf dem Platz und schon macht er sein erstes Tor für die Bayern. Sondern der Heile-Wahnsinn, mit dem haben sie schon mal einen guten Griff gemacht im Transfermarkt. Aber zu Mainz wechseln natürlich. Die wollen jetzt unbedingt den Ausgleich wieder haben. Schubo, Mutting und Kariciu gehen raus. Ede und Müller kommen. Jetzt sind wir schon einiges los im Bayern-Strafraum. Ecke kommt. Kommt gefährlich. Da ist Badstuber. Oh. Der wurde einen zu früh abgenommen. Aber Bungert vergibt. Das heißt, wir die beiden einfach nur noch die letzten 10 Minuten überstehen. Spiel abhaken und zum nächsten. Oh, hier schwach gemacht von Luis Gustavo. Jetzt der Ball. Keiner geht so richtig hin. Aber dann gehen sie doch drauf. Boateng und Alaba holen ihn sich. Jetzt Ribéry. Verliert ihn. Kämpft sich und holt den Eindruck für Mainz raus. Natürlich, das gibt jetzt alles Zeit. Gut, mit so einer Mannschaft sollte man ja in Mainz jetzt nicht unbedingt auf Zeit spielen müssen. Aber läuft halt nicht so. Und jetzt Raffini. Klasse. Wieder Raffini. Nee, er hätte es ja schon machen können. Zu Neymar. Und Neymar ist schnell. Kommt er da hin gegen Soto? Ja, klar kommt er da hin. Neymar. Aber kann sich da nicht durchsetzen. Ja, die Bayern, die drücken jetzt da auf die Entscheidung. Die wollen es jetzt nicht auf Last-Minute-Schock von Mainz verlassen. Und sie kommt wieder über Raffini. Raffini. Raffini war, glaube ich, ganz gut, dass sie den gebracht hat. Raffini. 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 Die Mainzer verteilen und nicht aussteigen. Aber jetzt Schweinsteiger unten ist. Raffini. Raffini. Macht das besser. Nein, wieder vergeben. Aber egal. Das Spiel ist aus. Die Bayern gewinnen den Mainz mit 1 zu 0. Sie hätten es höher machen können. Und Marco Reus mit seinem ersten Tor für die Münden. Klasse. Vorne im Sturm hat es heute ein bisschen gefehlt. Sie hätten auch ruhig mehr Tore schießen können. Die Mainzer verlieren. Der hat zum Schluss doch verdient. Aber das ist die letzte Ecke, was Mainzer da jetzt gehabt hat. Das war doch der Torwart, der was da geköpft hat. Hat im ersten Moment so ausgeschaut. Das heißt, hier die Spielbewegung. Ja, Manuel Neuer, stärkste Spieler heute. Ja, haben eigentlich alle nicht so gut die Noten gekriegt. Boateng hat nur eine halbwegs gute Note gekriegt. Okay, man meint, sieht doch nicht so gut aus. Okay. Schalke gewinnt 3-0 gegen Fürth. Die Sperre für Martinez ist auch abgelaufen. Werden wir das nächste Spiel wieder berücksichtigen. Und hier sehen wir, es läuft einfach bei Toni Kroos. Ja, erfolgreichste Schütze bei uns. Das wundert mir ein bisschen, aber egal. Deswegen gehen wir mal ein bisschen weiter zum nächsten Spiel. Das ist dann gegen Wolfsburg, wie wir schon sehen. Wolfsburg ist momentan Tabellenvierter. Und da müssen wir auch viel wie zu holisch aufpassen. Aber das sind wir da alles aus dem nächsten Part. Ich werde sagen, wir werden den Part hier. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr den Daumen hoch geben. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt es in die Kommentare. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Part bewertet. Und wenn ihr dann auf keinen Fall das Spitzenspiel im nächsten Part verpasst, mal gegen den VfL Wolfsburg, dann könnt ihr mich abonnieren. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.